Hi, ich bin der Günther, ich komme aus meiner Bude und willkommen zurück zu einem erneuten Infovideo. Ich mache das Ganze aufgrund eines Videos, das nicht viel geklickt wurde. Ich habe nämlich da ein kleines Gewinnspiel, sag ich mal, ein Wettbewerb gegen die Community gestartet. Ein Video, das Community-Wettbewerb heißt von Minecraft. Geht mal dorthin. Der Wettbewerb ist, ich habe ja in einem Mario Galaxy Part, auch wenn viele das nicht wissen, weil das Projekt nicht viel geguckt ist, in einem Spiel geschwärmt, das ich selber noch gar nicht gespielt habe. Aber das ich wirklich von YouTube her absolut cool finde und ich weiß, die Spielerfahrung wird noch besser. Da habe ich die kleine Info gegeben, dass es deswegen zu Beginn der hessischen Osterferien erstmal eine Woche gar keine Videos geben wird und danach vielleicht hin und wieder mal ins Ausfeld. Und ja, soweit dazu. In diesem Video habe ich ein Gewinnspiel. Nächsten eben mal, ich habe nichts gescheit zum Verlosen. Also, ich habe da einen kleinen Wettbewerb begonnen. Und zwar habe ich in dem Video nur aus eben diesem Spiel Musik benutzt. Genau wie in dem nächsten Minecraft-Video, bei dem ich gerade schon am Cutten bin. Warte. Zack. Ja, da bin ich eben schon am Cutten. Und da habe ich nur Musik von diesem einen Spiel benutzt. Und eure Challenge ist es, unter dem Video der Community-Wettbewerb zu erraten, welches Spiel es ist. In diesem Video erfahrt ihr genaueres. Da ich kein großer YouTuber bin und nicht viel verlosen kann, verlose ich auch eigentlich nichts. Aber am 16.03., was da heute ja Mittwoch ist, morgen in einer Woche ist, werde ich in einem Video alle, die richtig liegen, erwähnen. Und ich wette sozusagen mit euch, denn ihr dürft euch, wenn es einer aus der Community schafft, für drei Minecraft-Aufnahmen ein Skin aussuchen, den ich nehmen werde dann, solange ich für ihn nicht auf YouTube gestrikt werde. Ja. Ich sage nämlich, es wird niemand schaffen. Dann, mal gucken, ob ihr es hinkriegt. Wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht im Community-Wettbewerb ja dann auch mal. Bis dann. Ciao.